Heilen ist etwas Einfaches, würde ich sagen. Zum Beispiel besteht Heilen darin, wenn du einen Sohn oder eine Tochter hast und die fällt aufs Knie und rennt zu dir hin, was machst du dann? Das ist für mich Heilen. Oder Heilen bedeutet für mich im Moment sein. Es bedeutet für mich einfach sein, es bedeutet für mich klar zu sein, es bedeutet für mich zu wissen, was der nächste Schritt ist. Es braucht nicht den übernächsten Schritt, den braucht man nicht zu wissen, es reicht der nächste. Man spürt in sich hinein, wo die Hand hin will beim Gegenüber, fragt das Gegenüber, ob das stimmig ist und legt sie dann dort direkt auf den Körper in kurzem Abstand dazu oder in grösserem, das wäre dann schon Fernheilung. Genau, und dann lässt man sich quasi von der Hand führen, respektive vom Moment, von der inneren Stimme, die einen führt. Ich könnte dir jetzt Übungen sagen, die ich mache oder Meditationen. Das ist aber immer alles sehr aus dem Moment heraus. Lieber möchte ich sagen, dass es nicht darum geht, Dinge hinzuzufügen, die man lernen muss, sondern ich nehme eher Dinge weg, so wie Schleier, damit man dem vertrauen kann, was man schon in sich hat. Das ist die eigentliche Arbeit dieses Lehrganges. Grundsätzlich sage ich immer, geistiges Heilen, das kann jede und jeder. Ich vergleiche das oft mit dem Saxophon spielen, das kann auch jede und jeder, nur in unterschiedlichem Ausmass. Jetzt beim Heilen ist es so, ich habe das Beispiel gebracht, dass wenn ein Kind aufs Knie fällt und dann auf die Mutter zu rennt oder auf den Vater, was macht der oder diejenige dann, das ist bereits heilend. Insofern kann das jeder oder jede. Man kann es aber ausbauen, man kann diese Fähigkeit verfeinern. Insofern, es kann jeder und jede, man kann es aber auch noch dazu lernen. Amen.